Musik Wer ärgert sich nicht, wenn er einen kurzen Putt vorbeischiebt? Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Heute möchte ich Ihnen eine Übung zeigen, mit der Sie mehr kurze Putts lochen. Sie stecken sich einen 1 Meter Putt ab. Ihre Aufgabe ist es, 20 Bälle ins Loch zu spielen. Aber bei jedem Putt, der vorbeigeht, stecken Sie das Tee, eine Putterkopflänge, weiter weg vom Loch. Musik Bereiten Sie jeden Putt so vor, als spielen Sie ein wichtiges Turnier. Denn wenn Sie die Putts vorbeischieben, wird die Übung immer schwieriger. Musik Zählen Sie bei den 20 Putts auch die Schlägerkopflängen, die Sie nach hinten gehen. Notieren Sie sich diese Zahl. So können Sie feststellen, ob sich die Erfolgsquote bei Ihren Putts verbessert hat. Diese Übung lässt sich auch als Zock gegen einen Partner spielen. Oder Sie setzen sich ein Zeitlimit, um den Druck zu erhöhen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020